Hallo zusammen, diese Woche jagt eine Premiere die nächste. Ich habe euch heute die neue Runcam mitgebracht und das ist nicht die Dreier, die hier schon wirklich lange Zeit bei mir Dienst tut und absolut meine Lieblingscam ist vom Bildmaterial, schlägt sogar in meinen Augen die Session einfach vom Dynamikumfang. Also das heißt, die Dreier war bei mir wirklich die Cam, wenn ich tolle Bilder haben wollte. So, und das versucht jetzt Runcam zu wiederholen. Nachdem GoPro letztes Jahr die Session 5, das ist diese tolle Cam hier, abgekündigt hat, gab es ab sofort quasi nichts Vergleichbares, was in unsere allseits beliebten Mounts reinpasst. Also entweder hatte man noch eine und hatte die Hoffnung, dass sie lange noch gehalten hat oder man, ja, ich weiß es nicht, ob man die noch irgendwo bekommt. Also von daher, es gab eine Lücke auf dem Markt und die versucht jetzt Runcam mit der Runcam 5 zu schließen. Das Ganze sogar zu einem deutlich geringeren Preis. Wir kommen hier mit Coupons so bei knapp 80 Euro schon raus. Von daher, ich bin gespannt, denn rein von den technischen Daten soll sie genau das gleiche liefern, was auch zum Beispiel eine Hero Session 5 von GoPro liefert. Wir gucken uns das bestimmt in dem einen oder anderen Vergleichsvideo auch nochmal an. Heute versuche ich erstmal kurz zu zeigen, was da alles dabei ist, Spezifikationen und so weiter. Wir schauen mal in die Konfiguration, wie das Ganze funktioniert. Da gibt es nämlich die ein oder andere Besonderheit. Und wir schauen einfach mal, ob die Runcam 5 genauso in diesen Mount reinpasst, wie hier diese Session. Und sind mal gespannt. So, ich packe das Ganze mal aus. Vielen Dank nochmal an Runcam, die mir die freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, ich habe sie noch nicht gekauft. Es ist auch noch ein bisschen hin, bis sie offiziell im Handel ausgeliefert wird. Ich glaube, noch ein paar Tage. Von daher, hier ein paar Tage früher könnt ihr euch das Ganze schon mal anschauen und am besten gleich vorbestellen. Denn ich denke mal, das Ding wird der absolute Burner. Mit 4K ist, ich sag mal, alles möglich. Und wir schauen jetzt einfach mal rein. So, das Ganze noch nicht geöffnet. Ich weiß nicht, was alles drin ist. Das ist auch im Gegensatz zu den Videos, die es bisher gab, tatsächlich auch eine Production Unit. Das heißt also, hier keine Vorabversion, sondern genau die gleiche Version, die ihr, wenn ihr sie bestellt, geliefert bekommt. Genau, so. Und hier ist auch das gute Stück. Also, wir werden hier nicht von irgendwelchen Papieren beeindruckt, sondern direkt erstmal die Kamera. So, und wir gucken hinten drauf und da steht 5. Man sieht die Ausbuchtung hier. Genau, Made in China, alle Kennzeichen mit drauf. Das heißt, die darf auch offiziell im europäischen Handel verkauft werden. Das heißt, ihr werdet sie auch bei allen unseren deutschen Händlern wahrscheinlich direkt auch bestellen können. So, und dann schauen wir einmal rum. Wir haben hier das Ganze natürlich in Schwarz, was ich ein bisschen schade finde, da die Dreier, die in schön knalligen Orange natürlich super auch mal wiederzufinden war, wenn das Ganze mal in die Hose ging. Das heißt, euer Copter, euer Wing im Gras lag und die Kamera weggeflogen ist, war bei der Orangenen deutlich leichter. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich verliere sie nicht gleich. Von daher, schwarz, aber schön gummiert. Das heißt, die war hier glatt. Die ist gummiert. Das passt also ganz gut. Sehr griffig. Wir haben oben einen Ausschalter. Wahrscheinlich auch kann man die verschiedenen Modi umschalten. Eine Power-LED ist mit dabei. Auf der anderen Seite haben wir einen Lock und für die Micro-SD-Karte. Und ich glaube, es wird alles unterstützt, was momentan an Micro-SD-Karten verfügbar ist. Finde ich eigentlich noch viel, viel cooler als das, was bei der Dreier war. Da war hier nämlich diese Gummiklappe vorne drauf. Das hält zwar, ist aber nicht besonders schick. So, und von daher, also diese Schiebeklappe, da springt auf jeden Fall keine Karte raus. Was mir dann noch auffällt, wir haben hier noch eine Schutzfolie vorne drauf. Das Glas ist mit Sicherheit auch wieder einfach austauschbar. Das ging hier nämlich auch. Man hat einfach hier mit dem Skapell unter das Glas drunter geklickt. Das wird hier genauso gehen. Denn wenn man mal so einen Glasbruch hat, kann man das einfach austauschen. Gibt es mit Sicherheit bald auch als Ersatzteil. Wir hoffen mal, dass wir es nicht so schnell benötigen. So, und dann, tja, ansonsten hier so eine geriffelte Oberfläche. Hier vier Schrauben, das heißt, man kann die Kamera auch öffnen. Habe ich hier zum Beispiel auch machen müssen, um die Micro-USB-Buchse auszutauschen, die mir abgebrochen ist. Oder auch, um den Akku mal zu tauschen. Das wird mit Sicherheit auch gehen. Von daher, sehr wartungsfreundlich das Ganze. Ich weiß das, weil ich die repariert habe. Von daher, das passt schon mal ganz gut. So, und wir schauen noch mal kurz rein, was alles im Karton mit dabei ist. Ich schaue einfach mal rein. Also, wie gesagt, eine Anleitung auf Chinesisch und eine Anleitung auf Englisch. So, wenn ihr eine deutsche Anleitung wollt, die gibt es ganz, also Runcam ist da echt Vorreiter. Gibt es nämlich einfach auch auf der Runcam-Seite zum Herunterladen als PDF. Also, auf Deutsch ist die nämlich auch verfügbar. Und hier sehen wir jetzt dann auch mal gleich die ganzen Spezifikationen. Das heißt also, was hier alles dabei ist, das habe ich euch eben erklärt. Den Shutter-Button und diese Micro-USB-Buchse. Das ist also kein Micro-USB-C. wie bei der Session 5. Das ist dieser Stecker, den man in beide Richtungen drehen kann, sondern eine ganz klassische Micro-USB-Buchse. Und um ehrlich zu sein, ich habe tausendmal mehr Micro-USB-Kabel als Micro-USB-C-Kabel. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, weil das Ding tatsächlich viel, viel einfacher mal eben zu laden ist. Und der andere Vorteil ist auch noch, über diesen Micro-USB-Ausgang haben wir auch ein Video-Out und auch eine Stromversorgung, nicht nur mit 5 Volt, sondern bis 15 Volt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel an eurer FC einen 9-Volt-Ausgang habt oder sowas, ein Back, könnt ihr sie darüber laden. Ein 4S-Akku wird zu viel sein. Ein 3S-Akku würde zum Beispiel direkt gehen. Und es sollte 1-2 Ampere im Ausgang sein. Das heißt also, ein typischer BC, der auf eurer FC drauf ist, sollte genügend Spannung liefern, um die 5 Volt hier zum Laden zu bringen. Das heißt, Video-Out, hatte ich eben schon gesagt, nutze ich zum Beispiel auch bei meinem Gimbal auf meinem Talon, also meinem Wing. Und um zum Beispiel das Video-Signal direkt von der Kamera auf die Brille zu kriegen. Ich habe dann noch eine FPV-Cam, ich habe einen Camera-Switch dran. Das heißt, für Wings ist dieser Video-Out super geil, weil es da nicht unbedingt auf die Latenz ankommt. Das heißt also, die Verzögerung, die aber trotzdem noch recht gut ist bei dieser Run-Cam, sondern da geht es primär darum, dass man halt den Video-Out hat und das Video-Signal auch sehen kann. So, und ansonsten, es gibt halt diese LED, so, und die leuchtet rot, wenn das Ganze, die Kamera geladen wird, und wird ausgehen, wenn er komplett geladen ist. So, dann haben wir eine blaue LED und die sagt, wenn 25% Akku nur noch vorhanden ist, wird sie anfangen zu flashen. Das heißt, wenn es blau blinkt, dann wird es Zeit zum Nachladen. Und wir werden dann auch bestimmt später nochmal uns die Akkulaufzeit anschauen. Die soll nämlich enorm sein. Von daher, ich bin gespannt, soll mehr sein als bei einer Session 5. So, was haben wir denn noch? Also, wir können einen ausschalten, wir können den Mode umstellen. Das heißt also, die vorgefertigten Modi, zum Beispiel einmal 4K und dann einmal 1080p mit 60 Frames pro Sekunde. So was könnte man dann hier über diese Taste umstellen. Genau. So, und, tja, was haben wir denn noch? Wir haben den Micro-SB-Slot und da ist halt nochmal eine Besonderheit. Es wird alles unterstützt an Karten, also auch große Karten. Bis zu 128 GB ist hier angegeben. Und wichtig dort, wenn ihr 4K oder hochauflösendes Material haben wollt, nehmt Karten, die mit U3 spezifiziert sind. Das bedeutet, dass mindestens 30 MB pro Sekunde geschrieben werden kann auf diese Speicherkarte. Das ist wichtig, gerade für große Datenmengen. So, und ansonsten können wir das Ganze auch noch mit einem PC verbinden und das Ganze mal als Wechsellaufwerk nutzen, um zum Beispiel dann die Speicherkarte direkt auszulesen, ohne sie rauszunehmen. Ihr könnt aber auch einen Kartenleser nehmen. Ich denke mir, das wisst ihr. So, und dann ganz unten nochmal die Video-Bitrate, was wir hier so haben. Das heißt, wir haben einen H.264-Kodec. Es gibt mittlerweile den H.265-Kodec. Der wird zum Beispiel auch bei der Catextasia benutzt. Der ist ein bisschen platzsparender, aber von der Qualität genauso gut. Das heißt, hat man hier natürlich dann etwas, ich sag mal, einen Kodec, der etwas älter ist. Dafür kann jedes Video, was hier aufgenommen wird, tatsächlich auf einer Vielzahl von Endgeräten direkt auch abgespielt werden. Das ist bei H.265 nämlich nicht möglich. So, und dann schauen wir mal auf die Datenraten. Also wichtig für uns ist vielleicht 4K 30 Frames pro Sekunde. 60 Mbits, das ist, naja, ist okay. Also ich denke mal, das Bildmaterial wird ordentlich sein für das, was wir machen. Es ist kein Fotocopter oder Videocopter-Kamera, sondern eine Action-Kamera. Das heißt, wir werden mal schauen, ob uns das reicht. Empfohlen wird ja auch oft diese 2,7K. Da haben wir nämlich dann auch 50 Frames pro Sekunde. Das heißt, auch eine höhere Framerate. Ich denke mal, die meisten werden wahrscheinlich bei 2,7K bleiben, weil, sagen wir mal ehrlich, die meisten haben auch nur 1080p Bildschirme. Das heißt, alles, was wir mit 4K aufnehmen, ist eigentlich Perlen vor die Säule. Es sei denn, wir möchten skalieren, wir möchten nur bestimmte Ausschnitte nutzen oder wir möchten das einfach halt mit der hohen Bildrate tatsächlich auch bei YouTube dann bereitstellen. Denn wir wissen alle, dass wenn wir mit 1080p ein Video hochladen bei YouTube, wird es stark komprimiert, während ein 4K-Video, wenn wir es hochladen bei YouTube, nicht so stark komprimiert wird. Also, die beste Bildqualität ist hiermit möglich und vielleicht auch noch ganz spannend, 1080p, 120 Frames pro Sekunde. Damit lassen sich halt auch relativ gute Slow-Mo-Aufnahmen fahren. Also, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen CineWoop oder einen CineCopter baut und ihr verlangsamt das Bildmaterial, ohne dass es dann ruckelt, könnt ihr hier mit 1080p, 120 Frames pro Sekunde aufnehmen. Das ist also auch eine ziemlich praktische Lösung. So, vielleicht dann auch nochmal der Hinweis zu diesem Bildsensor, der verbaut ist. Das ist der Sony IMX377, 12 Megapixel. So, sagt vielleicht einem nicht viel, aber dieser Bildsensor wird nämlich genauso auch in der Mavic Pro, also in der DJI Mavic Pro verbaut. Also, dem 1000-Euro-Copter, der ist jetzt zwar auch schon zwei oder drei Jahre alt, allerdings der gleiche Bildsensor und damit halt auch diese 4K möglich. Field of View ist 145 Grad. Ich weiß ganz ehrlich nicht genau, was es bei der Session 5 war. Das hängt auch ein bisschen davon ab, ob ihr dieses Superview nutzt. Dann ist nämlich das Format noch ein ganzes Stück breiter. Runcam hat übrigens hier auch was Ähnliches verbaut, um zum Beispiel dieses Bild so aufzuskalieren. MTV-Modus, das heißt der Video-Out-Modus, ganz normal PAL NTSC, wird unterstützt. Und wir haben eine Batteriekapazität von 950 mAh. Ich glaube, bei der Session 5 ist es 1000 mAh. Ich will mir aber nicht lügen, da müsste man nochmal nachgucken. Die Akkulaufzeit soll aber besser sein als bei einer Session 5. Und das werden wir bestimmt uns anschauen. Abmessung 38, 38, 36 mm und 56 Gramm mit Batterie. So, und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, wenn wir uns das jetzt anschauen mit dem Gewicht. Weil es geht nichts über Gewicht. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Also, wir haben hier 55,23 Gramm, also 56 war übertrieben. Gut, die Speicherkarte kommt noch rein, dann sind wir vielleicht genau bei 56. Und im Vergleich zur Session 5, die wiegt 71,7 Gramm. Das heißt also, die Session 5 ist deutlich schwerer als die Runcam 5. Man muss ehrlicherweise auch zugeben, die Runcam 5 hat kein Bifi-Modul mehr. Also, die 3er hatte das noch. Damit konntet ihr per App direkt euch per WLAN verbinden. Das ist hier nicht mehr drin. Ich zeige euch allerdings, wie das Ganze funktioniert. Auch über die App. Und zwar mit QR-Codes. Und das ist richtig cool. Funktioniert genauso gut. Und seien wir mal ehrlich, einstellen tut mir das Ding mal alle halbe Jahr. Ansonsten anmachen, ausmachen und das war's. So, das heißt also, für mich beim Gewicht schon mal ein klarer Sieger. Das sind fast 20 Gramm weniger gegenüber der Session 5. So, und dann schauen wir nochmal gerade hier bei meinem Mount, den ich mal mitgebracht habe. Ich habe noch andere. Allerdings ist quasi so der erste, der mir ins Bild kam. Also, der würde jetzt hier stramm sitzen. So, hier ist allerdings die Besonderheit. Dieser Mount hat bei mir Ausschnitte, die genau so sind wie die Session 5. So, wenn ich jetzt einen Mount nehme. Hier, ein 35 Grad Mount, der hier auf meinen, ähm, ja, was ist das? Coppice 1, auf meinem Coppice 1, muss ich auch mal wieder montieren, drauf ist. Das ist quasi so ein ganz einfacher Session Mount. Der hat auch diese Ausschnitte. Und jetzt gucken wir mal hier rauf, wie das Ganze sitzt. Und das entspricht eigentlich auch dem, wie ihr, ähm, wie eure Mounts aussehen, auch wenn die gedruckt sind. So, ihr seht, passt problemlos rein. Also, das passt. Die Ausschnitte sind ein bisschen anders da. Man sieht das hier in den Ecken. Also, die Session würde das normalerweise ein bisschen mehr ausfüllen. Von daher, ähm, ein kleiner Unterschied ist da. Es ist nicht ganz identisch. Allerdings, der Mount passt. Und das ist ein, ähm, ein harter Mount. Das heißt, alles, was Soft Mount ist, passt eh viel leichter noch rein. Aber dieser harte Mount, der genau auf die Session zugeschnitten ist, passt genauso. So, das heißt also, das, ähm, ist schon mal im Vergleich zur Session 5 nicht anders und passt eigentlich sehr gut. So, und dann gucken wir noch mal kurz in das, äh, Zubehör rein, was jetzt noch mit dabei ist. So, hier. Das ist nämlich, soweit ich weiß, nicht sehr viel. Ja, das war's nämlich schon. Ähm, wir haben hier nochmal ein Mikro-USB-Kabel, Flachbandkabel, eigentlich ganz nett. Ähm, einfach um zum Laden der, der Kamera. Ihr benutzt einfach ein ganz normales Handynetzteil oder wenn ihr habt, ähm, irgendwie was anderes. Powerbank funktioniert natürlich genauso. Und, äh, dann sollte das funktionieren. Was jetzt noch nicht mit dabei ist, ist zum Beispiel so eine Display-Schutzfolie. Finde ich schade, hätten sie noch mit einpacken können. Ähm, es wird aber mit Sicherheit zum Beispiel auch die Display-Schutzfolien von der, äh, Runcam 3 oder von der Session passen. Ähm, gegebenenfalls auch zuschneiden. Das sollte gehen. Ähm, ND-Filter ist genauso wie hier das Problem. Ihr müsstet, äh, entweder so eine Fensterfolie drüber kleben, wenn ihr das braucht. Oder etwas außen drum machen. Da gibt's noch nichts Spezielles. Ähm, wäre cool gewesen, hätte Runcam hier an dieser Stelle noch was, äh, geliefert. Weil das irgendwie jetzt auch ziemlich, ja, ähm, breiter wird das Thema mit den ND-Filtern. Ähm, aber ich denke mal, wir schauen erst mal, wie das Ganze im Standard funktioniert. So, und dann, äh, hier schöne, ja, Batterie-Strips, Kamera-Strips in schwarz-orange. Ähm, also kann ich dann hier auch auf meinem Mount ersetzen. Ähm, so, und das war's eigentlich schon. Ja, also gar nicht mal viel dabei. Ich glaube, bei der alten, ähm, ja, war auf jeden Fall, äh, war noch ein Video-Out-Kabel dabei. Und das, ähm, hätten sie in meinen Augen tatsächlich noch mal zupacken können. Allerdings, ähm, wird so ein Video-Out-Kabel, jetzt, ähm, gucke ich mal gerade, ob ich hier irgendeins habe. Letzten Endes ist das nur ein, ja, hier, so ein Micro-USB-Kabel mit, ähm, einmal Power und einmal Video. Das Ganze wird reingesteckt in die Cam von der Seite und, äh, kann gleichzeitig laden und halt das Video-Signal rausgeben. Vielleicht, ähm, wäre es schön gewesen, hätte Runcam das noch mit beigepackt für die, gerade für die Wingflieger. Äh, ich denke aber einfach, es war eine Preisfrage. Die wenigsten nutzen dieses Kabel, ähm, überhaupt und, äh, wenn man dann zwei Dollar sparen kann, äh, dann sollte man das vielleicht auch tun, um halt den Preis, äh, so gering wie möglich zu halten. So, das war jetzt erstmal der erste Teil vom Unboxing, äh, ein kleiner, kurzer Vergleich. Und, äh, im nächsten Video werden wir uns mal das Bildmaterial angucken, werden uns vielleicht nochmal ein paar andere Sachen anschauen, Akkulaufzeit gegebenenfalls. Seid gespannt, ähm, und abonniert mich, hinterlasst ein Like, wenn euch das Ganze gefallen hat. Bis dahin, Tschüss!